Servus Leute, was geht ab hier? Hier ist euer Danny Box und heute wollte ich ein Video für euch machen, 5 Arten von Jugendlichen. Bestimmt jeder von euch, einer kennt davon jeder. Also fangen wir jetzt mal an. Der Erste Der Streper Ach, wieder eine, zwei in Deutsch und in Mathe auch. Ich muss mich anstrengen, sonst bin ich nächstes Jahr aus der Schule. Nummer 2 Der Chiller Dann ist man suchst du die Arbeit? Ja, ich habe heute 10 Bewerbungen verschickt, ich habe dort angerufen, dort angerufen, dort angerufen, aber ich kriege leider keine Stelle. Ja, es ist nervös. Nummer 3 Der Zauker Hallo? Hallo? Awa? Nein, ich will... Ich will Zauker heute. Nein, ich komme nicht. Ah, tschüss. Ja, ja. Juhu, ich gehe ab. Nummer 4 Der Arrogante Boah, Leute, guckt doch mal die Brille an. Ich bin jetzt was Besonderes wie ihr. Ein cooles Hemd. Ich arbeite im Fünf-Sterne-Hotel. Die Fünf-Sterne-Hotel gehört mir, ich bin was Besonderes wie ihr. Und ich habe bei MB3 65 zu 0 bei Herrschaft. Macht das nach. Gut, zuletzt Nummer 5 Der Coole. Was ist das für ein System, in dem wir leben? Die Suche nach der Ethik vergeben. Politiker reden. Leute, Leute, wisst ihr das? Ich bin so cool. Ich bin der coolste in Hassler. Ich habe schon Bitches genagelt. Mit 14, da habe ich vom Träumen noch die heutzutage alle. Ich habe mir Joints geraucht. Und jetzt mal Füß da raushauen. Chillen, Millen, Cocktails killen. Wir sehen einen Porsche. Ich sage zu denen, lass uns mal Jochen. Was ist das für ein System, in dem... So Leute, das waren heute meine Fünf-Arten von Jugendlichen. Ihr kennt bestimmt so irgendjemand von euch, Verwandte, Freund, markiert sie mal drauf. Vielleicht erkennen sie sich wieder. Okay, und wenn ihr haben wollt, dass ich mehr so Fünf-Arten von weiß ich was machen würde, gebt dem Video einen Daumen hoch. Schreibt mir auch mal in den Kommentaren, was ihr auch noch so für Leute kennt. Ja, und hustet mal rein. Haust mal rein, ihr alle. Apropos, ich wollte noch Julio Eckstein grüßen. Und Elphi, die neue Freundin von meinem Alter. Dennis! Also Leute, das war's jetzt heute von mir und ich verabschiede mich jetzt und... Tschüss. Bis nächstes Mal. Zweitens Mal. Oh! Zweitens Mal. Bis zum nächsten Mal.